Es ist an der Zeit, die Smog-Hölle Ulaanbaatar zu verlassen. Wir packen das Wichtigste zusammen, chartern diese beiden Gefährte und machen uns auf den Weg in die größte Wüste Asiens. Wenn ich vorstellen darf, Gregor, Florian, Anna, Vincent, Maren, Kirsten, Jesse, Jonas, Zegin und ich. Und vor uns liegen 1850 Kilometer quer durch den Siegen der Mongolei. Über holprige Pfade, durch die trockene Steppe und die Unberührtheit der Natur. Kommt mit und genießt die Stille und Schönheit der Wüste Gobi. Ein bisschen steckt uns die bisherige Strecke in den Knochen, als wir an Tag 5 den letzten Teil unserer Reise antreten. Vor uns liegt heute ein historischer Ort, in zweierlei Hinsicht. Die roten Klippen von Bayern, zack, sind die Fundstelle der ersten Dinosaurier-Eier. Und neben Überresten von fast 100 Sauriern, hat man 1922 im staubig-roten Boden drei neue Dino-Arten und ein komplett erhaltenes T-Rex-Skelett gefunden. Vor Millionen von Jahren muss es hier wohl eher mal so ausgesehen haben. Ja, können wir weitermachen? Beim Abstieg in den trockenen Kessel brechen wir uns zwar fast alle Knochen, aber außer Ziegenüberresten finden wir nichts Prähistorisches. Wie aus einer anderen Epoche kommen mir auch die Erinnerungen an asphaltierten Boden vor. Und obwohl es hier draußen keine Straßen gibt, müssen wir wohl trotzdem irgendwo die falsche Ausfahrt genommen haben. Wir fahren und danach noch stecken geblieben. Aber wir wissen immer noch nicht, wo wir sind, oder? Wenigstens sind wir heute zu wichtigen Erkenntnissen gelangt. Wir hätten noch länger um den letzten Ovo fahren sollen und in der Wüste nach dem Weg zu fragen. Er weist sich als relativ schwer. Wir wissen immer noch nicht, wo es lang geht. Und das Ding ist, es ist halt einfach da, wo er wohnt. Wir fahren halt nicht irgendwo hin, sondern wir fahren halt zusammen nach Hause. Was? Sprit? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Wir haben nur noch frittes eigentlich. Ja, aber haben wir noch extra Tank mit? Nö. In dem Schum, glaube ich, gab es noch keine Tankstelle. So langsam wird es dunkel und wir sind immer noch unterwegs. Schaffen wir es noch? Uns bleibt also nichts anderes übrig, als liegend und sitzend den malerischen Sonnenuntergang zu genießen. Und weiter in die Nacht hineinzufahren. Wir sind an Tag 6 zum Horchok-Essen bei unserem Fahrer Nara eingeladen. Und während das Ziegenfleisch mit heißen Steinen gekocht wird, erfahren wir die Härte des Wüstenbodens am eigenen Körper. Mit vollem Magen und ein paar blauen Flecken jagen wir wieder einmal der Sonne hinterher. Um sie an diesem Abend hinter den Ruinen des Ongi-Klosters untergehen zu sehen. Wo heute nur noch vereinzelte Mauerreste zerbröseln, stand einmal die größte Klosteranlage der Mongolei. 1700 Mönche lebten hier bis Tempel und Häuser 1937 von russischen Soldaten zerstört und viele Mönche brutal ermordet wurden. Und auch der letzte Halt auf unserer Reise zeigt, was von vergangener Größe üblich bleibt. Karakorin ist die einstige Hauptstadt der Mongolei. Von Genghis Khan im 13. Jahrhundert erbaut, wurde von hier für kurze Zeit das größte Weltreich aller Zeiten regiert. Heute ist davon nichts mehr zu sehen. Nur noch die Klosteranlage Erdenezu bezeugt, dass dies einmal das politische und buddhistische Zentrum Asiens war. Und auch unsere Zeit hier neigt sich dem Ende entgegen. So wie die Nomaden jetzt in ihre Winterquartiere umziehen, wird es auch für uns Zeit aufzubrechen. Es war eine unglaubliche Reise, wie wir jeden Morgen mit der frühen Sonne im Gesicht aus den Jurten gekrochen sind. Die stillen, vergessenen Überreste vergangener Epochen durchquert haben, kommt es mir vor, als liege eine Reise in die Vergangenheit hinter uns. Es war ein bisschen wie im Film. Nur, dass unser DeLorean ein russischer Van und Doc Brown unsere beiden Fahrer Nara und Batawa waren. Und nachdem wir uns ein letztes Mal vom Sand befreit haben, heißt es wieder, Weichtes Sechen Gobizath und Senbeno Ulanbator. UNTERTITELUNG 13. Das kommt nicht in den Filmen, aber...